Nummer 2 im Hamburger Hafen, zu 50 Konzert, gehört dieser Terminal zu AIDA-Reederai. Also die AIDA-Schiffe kommen eigentlich sehr gerne her, bloß lange, lange keine mehr hier gewesen sind und unseren neuen Kreuzfahrt-Terminal Steinbäder machen wir denn alle fest. Tor! 0-1 für Slowakei? Ja, hoffentlich. Ne, boah, denk 1-0 Deutschland. Ach so, naja, dann muss ich mich auch hier aufklären. Ja, schön, dass ihr euch das mal da anschaut. Ich mach weiter. Steuerbord, eine sehr berühmte Kneipe.